Hallo, ich bin der Nico. Ich mache eine Ausbildung zum Zimmermann ab diesem Jahr, ab August. Die Arbeit mit Holz macht mir sehr viel Spaß, da andere Materialien nicht so meins sind, zum Beispiel Metall, deswegen, ich arbeite gerne mit Holz und man hat auch mit Kunden zu tun, also mir macht es Spaß. Erstmal finde ich die Kollegen ganz nett, mir macht es echt Spaß zu arbeiten und es ist immer was los. Ja, macht Spaß, sind nett, lustig, ist so in einem Schnee langweilig. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik